Christoph Maria Herbst ist ein deutscher Schauspieler sowie Hörbuch- und Synchronsprecher. Für seine Darstellung des Stromberg in der gleichnamigen Comedy-Fernse-Serie erhielt er unter anderem 2006 den Adolf-Grimme-Preis und dreimal in Folge den Deutschen Comedy-Preis als bester Schauspieler. Leben, Jugend und Ausbildung Herbst ist das jüngste Kind einer katholischen Familie. Sein Vater war Beamter, seine Mutter Hausfrau. Auch seine älteren Schwestern Stefanie und Isabel tragen den Zweitnamen Maria. Bereits in der Schule beteiligte er sich an Kabarettprojekten und einer Theater-AG. Er schloss die Schule mit dem Abitur am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal-Elberfeld ab. In seiner Kirchengemeinde war er Lektor und Oberministrant. Danach erlernte er in den Jahren 1985 bis 1987 den Beruf des Bankkaufmanns bei der Deutschen Bank. Die Berufsausbildung absolvierte er im IHK-Bezirk Wuppertal-Sullingen-Remscheid. Theater schon während seiner Bankausbildung war Herbst in der freien Theaterszene in Wuppertal aktiv. Dort war er 1986 an der Gründung des privaten Theaters in Kronenberg mit angeschlossener Schauspielschule beteiligt und trat unter anderem in Neil Simons Barfuß im Park und William Shakespeare's Macbeth auf. 1989 erhielt er nach vielen vergeblichen Bewerbungen bei Schauspielschulen ein Engagement am Landestheater Dinslaken. Zwischen 1992 und 1996 folgten Engagements in verschiedenen Produktionen am Stadttheater Bremerhaven, darunter als Bräutigam in Bluthochzeit oder als Romeo in Romeo und Julia. Von 2002 bis 2003 war Herbst im Metropoltheater in München in der gleichnamigen Theateradaption der Woody Allen-Komödie Broadway Danny Rose zu sehen. Seit 2005 tritt er neben Bastian Pastewka, Michael Kessler und Jürgen Tonkel wiederkehrend in der Komödie Männerhort am Berliner Theater am Kurfürstendamm vorausverkauftem Haus auf. Das erfolgreiche Ensemble bestritt 2008 eine bundesweite Tournee, Stationen waren unter anderem das Winterhuder Fährhaus in Hamburg und das Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen. Im Rahmen der Nibelungen-Festspiele 2009 in Worms stand Herbst in Das Leben des Siegfried als Hagen auf der Bühne. Fernsehen 1997 trat Christoph Maria Herbst im Fernsehen erstmals in SketchUp – The Next Generation in Erscheinung. Von 2001 bis 2003 agierte er als Nebendarsteller in der Sat. 1 Comedy-Reihe Ladykracher und wurde dafür mit dem Deutschen Comedypreis 2002 ausgezeichnet. 2004 startete auf ProSieben die erste achtfolgige Staffel der als Mokumenterie angelegten Comedy-Serie Stromberg mit Christoph Maria Herbst als Abteilungsleiter Bernd Stromberg. Nach einigen Startschwierigkeiten schloss sich 2005 mit zehn Folgen eine zweite und 2007 mit acht Folgen eine dritte Staffel an. Für seine von der Fachpresse gelobte Darstellung des sogenannten »Ekel-Chefs« wurde Herbst mit mehreren Preisen geehrt, darunter dem Adolf Grimme-Preis 2006 sowie dem Deutschen Comedypreis 2005, 2006 und 2007. Ursprünglich sollte die im Mai 2009 abgedrehte vierte Staffel die letzte sein. Herbst äußerte sich in diesem Zusammenhang, er sei nicht daran interessiert, sich an eine einzige Rolle zu klammern und die Marke Stromberg auszumelken. Am 22. Juli 2010 wurde jedoch bekannt, dass neben einem Film auch eine fünfte Staffel in Planung sei. Diese lief am 8. November 2011 an. 2007 strahlte satt. 1 mit Hilfe. Hochzeit. Die schlimmste Woche meines Lebens eine weitere Comedy-Reihe mit Herbst als Hauptdarsteller aus, für die er ebenfalls mit dem Deutschen Comedypreis als »Bester Schauspieler« ausgezeichnet wurde. Im März 2010 war Christoph Maria Herbst Sprecher der philosophischen Sendung »Philosophisches Kopfkino« auf drei satt und im November 2010 war er im ProSieben Krimi Kreuzer kommt in der Hauptrolle des Ermittlers Kreuzer zu sehen, welcher nach eigenem Bekunden, jeden Fall in einem abgeriegelten Raum in 4 Stunden 37 Minuten und 48 Sekunden löst. Seit 2016 ist er mit zwölf Auftritten der häufigste prominente Gast in der Quizshow »Wer weiß denn sowas?« Im Ersten, gemeinsam mit Annette Frier spielt Christoph Maria Herbst seit April 2019 die Hauptrolle in der Comedy-Fernsehserie »März gegen März« im ZDF. Film »Seine Kinokarriere« startete Herbst 1998 in »Der wirklich letzte Junggeselle«. Es folgten die Kurzfilme »Morgen und Lessie«. Ganz im Gegensatz zu seinen überwiegend komödiantisch geprägten Charakteren übernahm Herbst 2003 die Rolle eines von einer schwerwiegenden Tat unter Druck gesetzten Mannes, den Hauptdarsteller Martin in dem von Johannes Grebert produzierten Kurzfilm-Thriller im Dunkeln. Im Laufe desselben Jahres stand er im Rahmen weiterer Comedy-Produktionen vor der Kamera, darunter in »Aus der Tiefe des Raumes«, in Michael Herbigs »Raumschiffse Preis«, Periode 1 und in der Edgar-Wolle-Parodie »Der Wichser«. An der Seite von Oliver Kalkofe, Thomas Fritsch und Oliver Welke sowie weiteren bekannten Komikern verkörpert er hier den Butler Alfons Hartler, der in seiner Erscheinung und seinem sprachlichen Ausdruck an Adolf Hitler angelehnt ist. 2004 folgten der Fischer und seine Frau, Erkan und Stefan in »Der Tod kommt krass«, der Kurzfilm »Lorenz lacht« sowie die Komödie »Vom Suchen und Finden der Liebe«, in der Herbst neben »Moritz bleibt treu«, Alexandra Maria Lara und Anke Engelke agierte. 2006 war er in den deutschen Kinos als Nebendarsteller in Til Schweigers Komödie »Wo ist Fred?« und als Hauptdarsteller König Julius der 111. In Sebastian Niemanns Verfilmung »Huibu«, »Das Schlossgespenst« zu sehen. Im ersten Quartal 2007 erschienen drei weitere Kinoproduktionen, in denen sich Herbst jeweils in größeren Rollen präsentierte. Die schwarze Komödie »Die Aufschneider«, der Kinder- und Jugendfilm »Hände weg von Mississippi« und die Fortsetzung der Walle-Parodie »Neues vom Wichser«, in der Herbst erneut die Rolle des mittlerweile zum Leiter einer psychiatrischen Klinik aufgestiegenen Dr. Alfons Hartler übernahm. 2008 folgte der Fernsehzweiteiler »Zwei Weihnachtsmänner mit Bastian Pastewka«, ein Remake des Films »Ein Ticket für zwei«. In der Kategorie »Beste Unterhaltung«, waren Herbst und Pastewka für diese Produktion für die Goldene Kamera 2009 nominiert. 2015 war er in der Hauptrolle im Kinofilm »Die Kleinen und die Bösen« zu sehen, in dem er den sympathischen Bewährungshelfer Benno verkörpert, der gegen seinen asozialkomischen Klienten Hotte um die Verantwortung für die 14-jährige Jenny kämpft. 2016 spielte Herbst im ARD-Fernsehfilm »Hotel Heidelberg« Tag für Tag in der Rolle des Ingolf Mutisius den Partner von Hotelmanagerin Annette Kramer, gespielt von Annette Frier. Im Spätsommer 2017 drehte er unter dem Regisseur Sönke Wortmann die Neuverfilmung der französischen Komödie der Vorname von Alexandre de la Patelire. 2021 feierte der Kinofilm »Es ist nur eine Phase«, Hase unter der Regie von Florian Gallenberger Premiere. Hörbuch und Hörspiel neben seiner Tätigkeit als Theater-, Film- und Fernsehschauspieler ist Christoph Maria Herbst als Synchron- und Hörbuchsprecher beschäftigt. Gemeinsam mit Charlotte Roche tourte er 2005 mit einer Lesung aus einer 1978 publizierten Doktorarbeit zu dem Thema Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern durch Deutschland. Aufmerksamkeit erzielte Herbst überdies mit den Hörbuchinterpretationen der von Tommy Jaut verfassten Romane »Vollidiot«, »Resturlaub« und »Millionär«. Lesetourneen mit Auszügen aus erstem und letzterem Werk führten Herbst zuletzt 2009 an verschiedene Spielstätten im gesamten Bundesgebiet. 2008 las Herbst zudem den Debütroman »Nicht mein Tag« des Stromberg-Produzenten und Autors Ralf Hussmann. 2009 folgten Schachnovelle von Stefan Zweig und Kenkt ein Guru, Lyrik meets Comedy von Horst Evers. 2010 vertonte er den Mafia-Thriller schneller als der Tod von Josh Barzell, gemeinsam mit Anneke Kim-Sahnau wirkte er zudem in plötzlich Shakespeare von David Saffir mit. Darüber hinaus wird Herbst seit 2008 in den neuen Folgen der Hörspielserie »Huibu« als Sprecher für König Julius eingesetzt, den er bereits im zuvor genannten Kinofilm verkörperte. 2012 gab er dem Buch »Er ist wieder da« von Timur Wermes seine Stimme für das Hörbuch. Synchronisation im Bereich Synchronisation wird Herbst wie der Großteil seiner prominenten Kollegen primär auf Rollen in Animationsfilmen besetzt, darunter als Dr. Zwengelmann in »Urmel aus dem Eis«, als Eddie in »Urmel voll in Fahrt«, als Horten in »Horten hört ein H.U.,« als Franz von Hahn in »Mullewap«, das große Kinoabenteuer der Freunde und als Charles, der gallische Hahn, in »Konferenz der Tiere«. In der deutschsprachigen Fassung der Simpsons-Episode »Frauentausch« ist Herbst als Synchronsprecher der Figur Charles zu hören. Die Besonderheit dieser Konstellation – Charles Herbst wurde in der Originalfassung vom britischen Komiker Ricky Gervais gesprochen, der wiederum aus der Stromberg-Vorlage »The Office« bekannt ist. Im französischen Kinofilm willkommen bei den stießsynchronisierte Herbst den Hauptdarsteller Dani Boone in der Rolle des Postboten Antoine Bayerl. 2017 ist er die deutsche Synchronstimme für das High-Five in Emoji, der Film. Literatur Ende 2010 wurde Herbsts erstes Buch »Ein Traum von einem Schiff« veröffentlicht. Der Satire-Roman handelt von einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff und wurde durch Herbsts Erlebnisse während der Dreharbeiten zu einem Traumschiff von Seefilm inspiriert. Aufgrund einer gerichtlichen einstweiligen Verfügung wurde die Erstauflage aus dem Handel zurückgezogen. Der Verlag kündigte daraufhin eine zweite Auflage mit geschwärzten Textseiten an. Der Verlag legte Berufung gegen die einstweilige Verfügung ein. Kurz vor dem Termin für die Urteilsverkündung zog die Klägerin in dem Berufungsverfahren ihren Verfügungsantrag zurück, der Verlag darf ein Traum von einem Schiff wieder in der unzensierten Version verkaufen. Privates Herbst lebt zusammen mit seiner Partnerin Gesi, mit der er seit 2012 verheiratet ist. Er war in den Jahren von 2006 bis 2009 zeitweise mit Marie Zielke liiert. Herbst lebte nach eigenen Angaben mehrere Jahre als Vegetarier, aß aufgrund schwieriger Versorgungssituationen allerdings bei Dreharbeiten auch gelegentlich Fleisch. In einem Interview im März 2013 sagte er, dass er vegan lebe. Im November 2018 gab Herbst bekannt, nicht mehr vegan zu leben und von nun an wieder Vegetarier zu sein. Seit 2011 ist er Schirmherr des Kinder- und Jugendhospizes Balthasar in Olpe, in dessen Werbeclip er mitwirkte. Auszeichnungen 2002 Deutscher Comedy-Preis als bester Nebendarsteller in Ladykracher 2005 Bayerischer Fernsehpreis für Stromberg Deutscher Comedy-Preis als bester Schauspieler für Stromberg Goldener Gong für Stromberg 2006 Adolf Grimme-Preis für Stromberg Deutscher Comedy-Preis als bester Schauspieler für Stromberg Jupiter-Film-Preis als bester TV-Darsteller GQ – Mann des Jahres in der Kategorie TV 2007 Goldener Spatz als bester Schauspieler in Buh und Hände weg von Mississippi Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie Bestes Sitcom für Stromberg Deutscher Comedy-Preis als bester Schauspieler für Stromberg und Hilfe Hochzeit Die schlimmste Woche meines Lebens 2009 Vierfach Platin für über 200.000 verkaufte DVD-Ausgaben der zweiten Stromberg-Staffel Deutscher Comedy-Preis in der Kategorie Beste TV-Komödie für zwei Weihnachtsmänner 2010 Deutscher Comedy-Preis als bester Schauspieler U.A. für Stromberg Gold für die DVD-Ausgabe Zwei Weihnachtsmänner Doppel-Platin für die DVD-Ausgabe Der vierten Stromberg-Staffel fünffach Platin für die DVD-Ausgabe Der ersten Stromberg-Staffel dreifach Platin für die DVD-Ausgabe Der dritten Stromberg-Staffel Gold für das Hörbuch Resturlaub 2011 Sprecherpreis beim Trickfilm-Festival Stuttgart für die Rolle des gallischen Hans Charles in Konferenz der Tiere 2012 Doppel-Platin für die DVD-Ausgabe Der fünften Stromberg-Staffel Gold für das Hörbuch Millionär Gemeinsam mit Tommy Jaut Jupiter-Film-Preis als bester TV-Darsteller 2014 Deutscher Comedy-Preis als bester Schauspieler 2015 Dreifach Platin für das Hörbuch Timur Wermes Er ist wieder da 2018 Münchhausen-Preis 2019 Deutscher Hörbuch-Preis Kategorie Beste Unterhaltung Für die Hungrigen und die Satten von Timur Wermes 2021 das große Kleinkunst-Festival Ehrenpreis